Unser letztes Ziel in Italien ist die Praxis von Dr. Roberto Bergamo und Achille Santoro in Turin, wo wir ebenfalls nur Positives erfahren. Wie lange arbeiten Sie schon mit dieser Therapie? So far I've been working with this therapy for about two months. Waren Sie denn am Anfang etwas skeptisch über die Wirkungsweise dieser Therapie? Skeptisch ist nicht der richtige Worte. Es wäre besser, zu sagen, dass ich am Anfang nicht die realen Effektivität dieser Therapie verstanden habe. Aber nach dem Gespräch mit Herrn Gianni, kann ich sagen, dass ich viele Dinge über diese Therapie entstanden habe. In welchen physiotherapeutischen Bereichen wenden Sie diese Therapie denn an? Und welche Erfahrungen haben Sie damit jetzt? I worked on a different kind of pain or different physioterapischen Bereich. I worked with chronical pain and or acute pain. Und für Äquid pain, wir sprechen über die bestimmte Bereiche. Und dann, ich habe gearbeitet, besonders mit Sportmen, und meine Träten für diese Leute haben sich auf Muscle und Tendon disease, Shoulder pain, Knee pain, Lower Back pain. Aber ich habe gearbeitet mit normalen Leuten, auch. Und für diese Leute, meine Träten haben sich auf Lower Back pain, Ernieprobleme, Back pain, Shoulder pain. Es ist nicht nur ein Träten, sondern ein anderes Träten. Gibt es bestimmte Erkrankungen, wo die Therapie ganz besonders gut wirkt? Oder auch welche, wo sie nicht wirkt? Es gab verschiedene Erkrankungen. Einige Leute sagten mir, nach dem ersten Träten, Oh mein Gott, ich habe nicht so gut in lange Zeit. Aber ich habe gehört, dass ich nach dem Träten nicht ein Noticable healing hatte. Aber nur ein wenig. Und ich habe das gefunden, besonders mit Patienten mit chronischer Träten. Wie wird diese Therapie denn bei Ihren Patienten angenommen? Ich habe gearbeitet mit dieser Therapie in zwei Formen gearbeitet. Der erste ist mit dem Automatikprogramm. Und dann habe ich die Programme in der Liste. Und dann habe ich die Elektrodes auf den Patienten. Und dann für die ersten 10 Minuten, die Elektro-Medikation arbeitet alleine. Ja. Und dann, nach diesen 10 Minuten, ich arbeite mit der Licht. Und mit der Licht, mit der Big Light, ich folge die Weise der Muscle. Okay. Und mit der kleinen Licht, ich bleibe bei einem Träten oder einem Träten Punkt oder einem Träten Punkt, bei einem Moment oder zwei Minuten, für die ganze Zeit der Träten. Und die zweite Weise ist die spezielle Therapie. Und dann, ich wähle die Name der Therapie. Maybe Therapia Manuale, Träten Muscolare, Muscle und Tendon Disease, Ernie Problem. Und dann, ich wähle die Therapie. Ich wähle die Elektro-Medikation oder nicht. Denn in dieser Weise, ich kann wählen, ob wir die Kurren oder nicht. Ja. Und dann, nach dieser Zeit, ich wähle die Licht. Ich wähle die Licht. Ich wähle die Licht. Ich wähle die Licht. Mit der Big Light, ich folge die Weise der Muscle. Und die kleine Licht, ich bleibe bei einem Träten Punkt oder einem Träten Punkt. Oder, ich sage das, ich prefer, mit der beiden Licht, ich folge die Weise der Muscle. Und ich bleibe bei einem Träten Punkt, mit zwei Licht. Aber wenn die Klienten nicht fühlen, was sie sagen? Ja. Okay. The first, the first, the patients at the beginning didn't understand the real effectiveness, but because the therapy is just a little, noticeable healing, not very well, but just a little. And then the patients look me, it's real, it's a good thing or no, it's a good therapy or no. Yes, yes, yes. But I speak with them because I often try a new therapy on my body and then I try this therapy on my body because I have a shoulder pain, I have an old problem. And then I often try the therapy on my body because I want to know, because I want to answer the patients and then I want to know how it works, what sensation it gives me after the treatment? How is my pain after the treatment? And then I can say that after the first treatment, I didn't feel a really, a really noticeable healing. But after the second, yeah, I have feel good, I have feel better. And then I can say, now I feel good and now I use this. Let's see. Let's see. I bet you can follow. It's important you know. I'm not familiar with, but now it's off. It's a problem. It's very dangerous. It's a problem.